Hallo, ich bin Johnny Hill, mache Countrymusik und habe jetzt bei Manu Stix hier in Wils in Tirol zwei Alben gemacht. Ganz, ganz hervorragend. Mit riesen Herzblut war die ganze Mannschaft dabei, an der Spitze Manu selbst und auch Ralf Metzler. Und ich muss sagen, ich werde auch in Zukunft hier produzieren. Ich habe ein Album gemacht mit Lina von Freddie Quinn und bin jetzt gerade dabei, in den letzten Zügen ein Album zu machen mit dem Titel Johnny Hill in Nashville. Und wir haben hier in Wils ein europäisches kleines Nashville gemacht. Also ich muss euch sagen, super. Und mein Glück, dass es dich gibt.